Musik 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 Applaus 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 Es folgt Suel Jo mit Herz von Dohnani Pasakali Presbyt Zuru Applaus 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 Pämpere Applaus R Ink해야 Musik 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 Ja, nach diesem Variationswirbel folgt nun Dieren Doran und Manier Fusi mit Prokofiev dritten und vierten Satz Personal Musik 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 Amen. 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 Ja, meine Damen und Herren, es passiert den besten Bläsern. Beim Einatmen ein kleines Bläschen in die Lunge zu bekommen, dann gibt es kein Halten. Dann muss die Hose werden und getrunken. Vielen Dank dafür erstmal. Das waren auch drei Prüfungen, die gerade abgelegt worden sind. Und jetzt fahren wir weiter im Programm mit einer wunderschönen Sonate von Friedrich Kulau. Sonate für Flöte Solo. Spielt Hannah Lieb. Vielen Dank. 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 Ja, und die Hochromantik geht weiter. Wir hören nun mit Tafanel Fantasie über Freischutz. Vielen Dank. 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 Wir lüften ja einmal durch. Wir lüften ja einmal durch und machen 10 Minuten Pause dafür. Danach sind wir uns wieder. Dankeschön. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Ja. Auch so ein Konzert hat ein letztes Stück. Und wir hören jetzt nochmal mit Sarah Heymann von Robert Muschinsky, Sun tane. In drei Sätzen. Vielen Dank fürs Zusehen, Zuhören, Zuschauen, Hiersein. Und ich kann schon mal einen schönen Sommer wünschen. Euch allen. Bis bald. Applaus Applaus Musik 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 Applaus 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 Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Mattia, der ganzen Klasse, hat ein tolles Klasse-Vorspiel gemacht. So, und damit verabschieden wir uns in den Sommer. Da wird ja auch nicht weniger Flüte gespielt, aber immerhin frei von dieser Klasse. Und wir sehen uns im nächsten Semester. Vielleicht machen wir wieder Livestream. Danke, Frank Kim, der uns diesen Livestream hat. Und bis bald, überall, wo ihr auch seid. Danke. 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 Danke.